heute und ein paar kleinere. Genau, also das Erste betrifft so ein bisschen das Format, dieser erste Punkt hier. Wir haben ja jetzt so ein halbes Jahr mal ausprobiert, im Anschluss an den Community Call immer noch zwei so Knowledge Jam Sessions zu haben. Die waren so recht zäh irgendwie belegt. Also ich glaube im Schnitt haben wir wahrscheinlich schon eine Session immer gehabt pro Termin, aber irgendwie so wie das früher mal war, der Knowledge Jam. Ich hatte das mal, ich habe hier mal die Historie verlinkt. Das ist so ein uraltes Format von uns, was es seit 2005 irgendwie gab. Da hast du halt typischerweise wirklich den ganzen Tag Sessions gehabt und drei parallel, so ein bisschen wie so ein Mini Barcamp und das haben wir darüber eigentlich nie erreicht. Deswegen hatte ich jetzt gesagt, ich will es mal ein bisschen modifizieren und anders ausprobieren und die Idee wäre quasi den Knowledge Jam und den Community Call zu trennen und zu sagen, so wie es früher auch war, erster Freitag im Monat ist der Community Call, virtuell mit Updates, so wie wir das heute haben. Da würde ich auch gern so ein bisschen mehr strukturierter, ich habe mir vorgenommen, jetzt immer eine Woche vorher die Leitfadenteams und so anzuschreiben, zu fragen, was es Neues gibt, dass nicht immer ich einen Monolog halte, sondern wirklich auch aus den einzelnen Gruppensachen kommen. So ein bisschen wie das, was du gerade gesagt hast, Franz, mit dem Bild, dass da einfach die Leute hinter den Themen sichtbar werden noch mehr und würde jetzt gern mal ausprobieren, den Knowledge Jam abzutrennen davon und hatte den dritten Freitag jetzt einfach mal ausgesucht und würde den auch prinzipiell erst mal ganztägig anbieten. Also bei uns sind so viele Anfragen aufgeschlagen, aber wir würden gern mal am Stück irgendwie erfahren, wie wir jetzt diesen Leitfaden auf GitHub machen oder auch unten bei dem Leadership Leitfaden kommen wir noch dazu. Die haben jetzt eine Word-Version und müssen jetzt aber eigentlich die Markdown-Version noch machen und da ist immer mit einer Dreiviertelstunde nicht viel getan, weil da brauchen wir mal so ein bisschen länger Zeit am Stück, um sich mit dem Thema zu befassen. Und deswegen haben wir gesagt, wollen wir das mal so probieren, dass wir den laufen lassen an dem dritten Freitag von 9 bis 16 Uhr und so ähnlich wie so ein ganz langes Lean Coffee, der Vormittag eher im Coworking und Coffee-Modus, also da kann man kommen, wann man will und quatschen und Sachen machen. Jetzt gerade halt Leute, die in der Region oder auf der Durchreise sind, haben so signalisiert, sie würden gern auch mal in Präsenz wieder was machen. Da kann es natürlich auch was Virtuelles schon geben, wenn wir es einplanen und der Nachmittag dann mit Sessions und Pitching, muss man mal gucken, zwei Runden wahrscheinlich, vielleicht drei Runden und das aber auch im Vorfeld, da könnte man den Call dann immer beim Community Call machen und sagen, überlegt mal, was habt ihr für Themen und dann kann man es quasi beim Knowledge Jam pitchen und im Extremfall, und die würde ich hybrid machen, wir haben ja hier die Räume alle hybrid, das heißt, da kann man sich dann auch problemlos einwählen, wenn nichts dagegen spricht, jetzt aus Session-Owner-Sicht und im Extremfall, wenn gar keine Session zusammenkommt, hat man halt einfach einen Coworking-Tag zusammen und kommt da halt auf Ideen und kann Sachen machen. Genau, da könnt ihr dann mal sagen, was er davon haltet. Ich will es einfach mal testen, weil das andersrum, ja, ich will es nicht sagen, gar nicht funktioniert hat, aber nicht so funktioniert hat, wie wir uns das eigentlich mal gedacht hatten. Genau, ich habe mal als Anlaufstelle, das kann ich euch noch zeigen, kurz in Code-Chat quasi einen Knowledge Jam-Kanal schon mal angelegt, da kann dann so die ganze Diskussion außenrum stattfinden, da würde ich dann nachher, wenn das Video vom Community Call da ist, auch den YouTube-Link mit der Einsprungsmarke posten, dass die, die jetzt heute nicht dabei waren, da kurz gucken können, was die Idee davon ist und dann auch dafür sorgen, dass wir bei den ersten drei Terminen, also so November, Dezember, Januar, würde ich auch Leute direkt ansprechen, ob sie da nicht was machen wollen, dass wir da quasi Programm auch haben. Bisher war es halt einfach nur ein Angebot und wenn keiner kommt, kommt halt keiner. Genau, weiß ich nicht, ob er da durch den Kopf geht er zu. Der Andreas hat sich zugeschaltet. Naja, von der Autobahn scheinbar oder so. Also ich finde diese Idee gut. Erst keiner, dann beide. Und denselben Inhalt, wir haben uns beide geeinigt, dass das Sinn macht. Ja. Also wie du so heute gesagt hast, entweder oder halt, man ist in Zeiten, dann ist man wo dabei, das ist gleich genau das Pelemma und es spielt auch nicht beide gleich an, aber wenn man Zeit nimmt, dann kann man ruhig auch mehr Zeit nehmen, ich finde das schon gut. Ja. Okay. Da sind gleich zwei Andrease dazugekommen. Hallo Andreas, hallo Andreas. Wird gerade über den ersten Punkt gesprochen. In Zukunft will ich jetzt mal versuchen, den Knowledge Jam vom Community Call zu trennen, dass man da auch einen ganzen Tag hat. Ah, jetzt sind wir auch an, Andreas, hi. Ja, hi. Na, der Knowledge Jam war ja früher mal ganz Tag, ich glaube, Andreas, du warst da auch ab und zu mal mit mit dabei, ne? Und jetzt dieses Community Call und danach zwei Sessionrunden, das hat so, so lala funktioniert und viele haben gesagt, sie wollen irgendwie in Präsenz auch mal wieder was haben in der Community. Und da ist halt die Idee sozusagen jetzt das Knowledge Jam Format dritter Freitag im Monat 9 bis 16 Uhr und Vormittag halt eher so Coworking-Stil, wer kommt, ist da und da kann man auch schon sprechen und so und nachmittag eben mit Sessionplan und Sessions, vielleicht Vorträge und so ein Rednerpult vorne an der Bühne stehen auch und haben so quasi Livestreaming-Infrastruktur, wo man dann mit dem Knopfdruck auch auf YouTube streamen kann und so. Genau. Und keine, keine Regel ohne Ausnahme. Also an sich hätte ich überlegt, macht Sinn so diesen Zwei-Wochen-Takt, ne? Community Call erster Freitag und Knowledge Jam dritter Freitag. Das passt natürlich jetzt im November nicht, aber ich wollte jetzt auch nicht bis Dezember warten. Das heißt, November wäre jetzt der erste Termin, der 25.11. Und danach, danach würde ich es als Regeltermin dann einstellen auf meetup.com mit dem dritten Freitag. Genau. Ich weiß nicht, ihr Andreas, ihr habt es wahrscheinlich jetzt gerade gesehen, als ihr reingesprungen seid, wir zeichnen den Community Call ja immer auf, ne? Das heißt, wenn ihr die Kamera anhabt, seid ihr zu sehen und wenn ihr was sagt, seid ihr zu hören, nur dass ihr es wisst. Genau. Dann ein paar so Kleinigkeiten noch. Die Landing Pages hat man ja beim September Call schon mal angesprochen, ne? Das ist auf der lernOS.org zu allen Leitfäden so einzelne Landing Pages geben soll. Ich glaube, Franz, da hattest du auch die Hand gehoben. Da würdest du auch mit drauf schauen. Mich hatten auch ein paar andere noch angeschrieben. Da gab es jetzt so ein bisschen bidirektionales hin und her. Ich hatte ja mal für den lernOS für dich schon mal so einen ersten Mini-Prototyp gebaut. Da hatte ich jetzt auch das Gefühl, das ist eigentlich in dem Format gut aufgehoben. Also da würde ich so eine Session oder eine Doppelsession für den ersten Jam mal machen. Da haben wir da gleich ein Programm und würde alle Leitfaden-Maintainer mal einladen, plus alle, die jetzt, ich glaube, heute früh kam der siebte dazu. Also es sind sieben Leitfäden in der Mache. Da sind Teams am Arbeiten. Und da könnte ich mir vorstellen, dass von den 14 plus 27 vielleicht 10 sagen, sie sind da mit dabei. Und dann haben wir da eine gute Gruppe, glaube ich, um da was zu prototypen. Und vielleicht sogar dann im Rahmen des Knowledge Gems für die ersten Leitfäden das dann gleich mit umzusetzen und zu sagen, die ersten Versionen von den One-Pagern sind dann schon da. Und da wäre zum Beispiel, was du gesagt hast, Franz, dieses Bild mit den mit den Bildern der Kontributoren wäre zum Beispiel auch eine coole Sache, was man auf so eine Landingpage packen könnte und sagen könnte, da zeigt mal alle Leute, die mitgeholfen haben. Genau, also wer da Lust hat, wie gesagt, letztes Mal hatten sich ja schon einige gemeldet. Der Marcel hat mir auch schon geschrieben, der kann jetzt heute nicht, aber der wäre da auch dabei. Franz, falls du Zeit hast, 24.11. würde man da dann reingucken. Dann hatte der Johannes irgendwie sich gemeldet. Da bin ich total erschrocken. Er hat geschrieben, wo finde ich die Lern-OS-Materialien auf Englisch? Und tatsächlich hat er recht, dass wir hatten ja diesen Schnellzugriff hier auf die Seite gebaut, dass man einfach alle Leitfäden schnell im Zugriff hat. Und früher gab es da so einen DEEN-Link und der ist da einfach verschütt gegangen. Dadurch, dass es die meisten eben noch nicht auf Englisch gab, ist das niemand aufgefallen. Aber im Johannes ist es aufgefallen. Das heißt, da wollte ich jetzt einfach nur kurz dazu sagen. Das werden wir jetzt umstellen, dass quasi nicht das hier vorne verlinkt ist, sondern dass hier hinten in Klammern dann wieder DEEN steht und man dann quasi von dort auf die Landingpage oder auf die Webseiten des jeweiligen Leitfadens kommt. Da ist, was ich jetzt glaube schon mal. Haben die Leitfäden denn durchgehend eine englische Übersetzung? Soweit ich das gesehen hatte auf GitHub, war das auch teilweise entfernt gewesen oder nicht mehr da. Genau. Also es hat, warte mal, wenn wir die durchgehen. Der Lerner ist für dich, hatte bis Version 2 eine. Der kriegt jetzt ab der 3.1 wieder eine. Für Organisationen nicht. Achtsamkeit ist deutsch. Barcamp deutsch. Community Management ist gerade in der Übersetzung. Der kommt. Content Curation ist zweisprachig. Digitale Zusammenarbeit ist einsprachig. Diversity Inclusion ist zweisprachig. E-Portfolio ist englisch. Und alle anderen sind... Ne, Sketchnoting gibt es noch auf Englisch. Also so knapp die Hälfte, würde ich sagen. Und wir haben ein Feature in der Produktionskette. Das haben wir bei einem Leitfaden. Ich glaube, es ist der E-Portfolio. Genau. Da kann man das quasi so machen, dass in der Webversion hier unten der Sprachumschalter ist hier oben drin, neben der Suche. So ähnlich, wie man das bei Webseiten kennt. Das heißt, wenn ich hier jetzt klicke, lande ich auf der englischen. Wenn ich wieder klicke, lande ich auf der deutschen. Und so könnte man dann quasi von der LernOS-Einstiegsseite, könnte man sagen, man springt halt über den Link hinten, D-E-E-N, jeweils auf die Sprachversion, kann dann innerhalb der Sprachversion umschalten und kommt dann von der Webversion, aber auch hier über links, wieder zurück nach oben auf die LernOS-Startseite. Und was man noch diskutieren muss, das ist im Moment uneinheitlich. Ich habe das vielleicht gerade gesehen, bei dem Haus hier, wenn ich hier klicke, lande ich natürlich jetzt hier bei der Webseite wieder oben. Beim LernOS-Für-Dich-Leitfaden lande ich auf der lernOS.org und bei der Content-Curation lande ich auf der Startseite des Content-Curation-Guides. Also das muss man einmal standardisieren. Wo will man da landen? Was ist usable? Wenn ich bei einem Leitfaden bin, will ich dann eher, ist die Logik eher, ich komme zur Startseite des Leitfadens, oder ist die Logik, da drüber komme ich immer wieder zurück, zur lernOS.org. Im Moment, was immer geht, ist hier der Link. Da waren aber auch schon einige, die gesagt haben, kann man nochmal drüber diskutieren. Ich weiß nicht, ob ihr da eine Meinung habt dazu. Ich finde das so zwiegespalten. Ich finde mal das besser und mal das besser. Eben, es kommt darauf an, auf welchen Fokus du es gerade betrachtest. Wenn ich mich natürlich mit einem Leitfaden gerade beschäftige, kommst du natürlich entgegen, über das Haus direkt zu dem Leitfaden wieder zu kommen. Wenn ich mir gerade einen Überblick über Leitfäden verschaffen möchte, welche ich nicht mache, kommst du natürlich entgegen, wenn ich ganz oben hinspringe. Deswegen ist es gerade ein starker Fokus, wo es herkommt. Und ich persönlich würde ja sagen, auf den Leitfaden selber, denn über die Links kommt man ja über die Haupteinstiegsseite wieder hoch. Aber auch meine persönliche Ansicht davon. Du würdest eher sagen, auf die lernOS.org hoch über das Haus? Ich würde über das Haus tatsächlich auf dem Lernfad bleiben. Okay. Ja. Ich kann natürlich auch argumentieren, ich komme über das Inhaltsverzeichnis nach der linken Seite ja auch immer wieder zurück. Gefühlt bin ich aber von meinem Denksystem innerhalb eines Lernpfades und bleibe in dem. Ja. Ja. Ich glaube, kann ich mit sympathisieren. Das finden halt manche nicht, dass es hier überhaupt was zum Ausklappen gibt bei den Links. Aber ja. Genau. Sonst noch Stimmen? Gedanken? Andere Worts oder Zustimmung? Ich habe mich halt gefragt, das kann man ja nicht doppelt machen, beides, dass man einen Link oben hat, Homepage und das LernOS. Und jetzt die Überschrift könnte auch anklickbar sein, dass ich dort wieder zurückkomme. Ich glaube, in dem Schlimus, was wir da haben, geht es glaube ich nicht. Ja. Weil jetzt ist es, ja, so wie es jetzt dargestellt ist, finde ich es auch, gebe ich dir recht, dass das auch besser wird dann auf den Leitfaden, weil das ist jetzt die, quasi die Landingpage für die, für den Leitfaden. Ja. Ja. Ich nehme es mal als Tendenz mit, das kann man dann auch mit den Leitfaden auch noch mal diskutieren, dann irgendwie einen Mehrheitsentscheid treffen oder so. Genau, das sind die englischen. Genau, dann da warst du ja dabei, Andreas, wir hatten auf der, auf dem Knowledge Camp in Berlin vor zwei Wochen eine LernOS Assembly wieder, hauptsächlich einen Tisch mit Yoda-Bemalstationen sowie auf der LernOS Convention, da sind unsere letzten 3D-gedruckten Yodas rausgegangen, auch wieder mit viel Begeisterung, also da saßen eigentlich immer welche am Malen, das fand ich eigentlich ganz cool und das hat sich auch auf Twitter verteilt, da hat man so, weiß nicht, ob wir das alle mitgekriegt haben, wir hatten, LernOS Convention hatte das Thema The Re-Return of Knowledge Management und quasi angelehnt ans Design von Return of the Jedi in Star Wars. Dann hat man so ein, der Werner hat es gemacht, so ein 3D-Yoda und da stand unten drauf auf dem Sockel, möge die Macht des Wissens mit dir sein und dann konnte man noch so eine Halbkugel drunter kleben und dadurch wurde das zu so einem Stehaufmännchen und die waren halt weiß aus dem 3D-Druck und dann hat man halt so eine Kiste, was waren das, Acrylfarben dabei und dann konnten da halt alle ihre Yodas bemalen und hinterher war ganz witzig, weil halt die Leute erzählt haben, sie haben das damit nach Hause genommen, haben sich die Kinder gestritten, wer den Yoda in sein Kinderzimmer stellen kann. Also das ist so ein bisschen das Thema der Veranstaltung halt dann auch nach Hause geschwappt und Thema geworden und der Werner hatte glaube ich, ja wir hatten noch 50, 40 oder 50 übrig und die hatten wir jetzt da nach Berlin genommen. Die sind weg und ich denke, das macht Sinn, sowas ähnliches nächstes Jahr wieder zu machen. Wahrscheinlich werden wir ja so, was ich habe am letzten Mal schon angedeutet, im Minecraft-Design unterwegs sein mit Creating Learning Environments, irgendwie so dieses, wir bauen uns unsere eigene Lern- und Wissensinfrastruktur. Da kann man sicher ja auch sich was überlegen, so verschiedene Minecraft-Figuren zum Bemalen oder also da kann man ja auch sehr gut spielen mit, gerade mit diesen 3D-Drucksachen und diesen Block-Vorlagen. Genau, das wollte ich nur kurz als Info. Und ich werde den Werner noch bitten, weil mich hatten einige gefragt nach dem, weiß gar nicht, was das für ein File-Format ist, weiß das jemand, diese 3D-Druck-Dateien. Also er hatte irgendwie das Grundmuster von... Das ist ein STL-Format normalerweise. Das ist ein Polygon-Format. Genau. Also er hat irgendwie von zwei Dateien gesprochen. Eins hat er, glaube ich, Ausgangsversion von Thingiverse gehabt und dann musste er halt die Schrift ändern und dann musste es irgendwie wieder so, wie sagt man da, das eine ist das 3D-Modell und beim anderen berechnet er dann, wie viel Material er innen drauf... Das ist der Slicer dann. Du nimmst das 3D-Modell im Stack-Format mit dem Slicer rein und das übersetzt das dann in die Ausführungsanweisungen vor dem 3D-Drucker. Ah, cool. Und dann hast du zwei Dateien quasi, so ein 3D, wie so SVG, aber in 3D und einmal die, was der Drucker dann tatsächlich kriegt. Ja, da kommt es auch tatsächlich drauf an, welches Setup du benutzt, ob du jetzt tatsächlich nochmal eine extra Datei generierst für den Slicer, das zu überspielen und ob der Slicer direkt mit dem Drucker kommuniziert. Das kommt dann auf das Setup an. Die ganzen Formate, mit denen du dir die Modelle überträgst, ist quasi dieses STL-Format und damit geht es dann eigentlich in die Toolchain vom Drucker rein. Ah, cool. Vielleicht muss man jetzt auch mal einen bestellen irgendwie. Ich höre es immer nur am Rande. Hat Spaß. Hast du einen? Nicht ich, aber mein Bruder hat einen. Ah, okay. Okay. Ich wollte mich nochmal umhören, weil da gibt es ja auch so Philosophien, welchen man da sinnvollerweise kauft und welcher wie viel Arbeit macht und dann auch schon gehört, wie oft dann irgendwie Filament verklebt und wie teuer das ist, den zu reparieren. Also ich bin noch nicht auf den gestoßen, wenn man sagt, einmal klicken, bestellen, liefern. Das ist, ja. Hast du auch einen Tipp? Also ich sage mal, der Anycube habe ich jetzt zumindest von gehört, dass der so weit funktioniert. Wirklich harten Proof mit vielen Drucken habe ich jetzt auch noch nicht geprüft, aber so von den Berichten aus der Bekanntschaft waren alle durchaus davon angetan. Okay, cool. Aber da hat sich in den letzten zwei Jahren ja auch nochmal extrem viel am Markt gemacht. Das ist genau das. Ich bin auch immer, ich habe immer angefangen zu lesen und dann landest du auf dem Post und der sagt noch das, der sagt noch das, dann ist man wieder unsicher. Dann ist die Stunde rum und dann hat man immer noch keinen bestellt. So ging mir das jetzt ein paar Mal. Ja. Genau, dann noch kurze Info, der, habt ihr vielleicht gesehen, so als vorab, Info der LernOS Leadership Leitfaden ist jetzt veröffentlicht. Da gab es eine Learning Circle Experience, wo der getestet worden ist. Das Feedback ist jetzt eingeflossen. Das ist auch ein Leitfadenteam, die haben in Word geschrieben. Das heißt, den gibt es im Moment noch nicht in Web-Version, aber es gibt schon die Word und die daraus generierte PDF-Version. Also die sind schon da und wir haben für den 23.11. vormittags, das ist irgendwie so neun bis dreizehn oder so haben wir geplant, so ein Mini-Hackathon, wo von dem Leitfadenteam kommen zwei hierher nach Nürnberg und zwei sind, glaube ich, remote oder so. Und da wollen wir quasi die Inhalte des Leitfadens dann in Markdown überführen, schauen, dass die Leute aus dem Leitfadenteam so GitHub und die Produktionskette bei sich eingerichtet haben und idealerweise an dem Vormittag dann den Leitfaden generieren, sodass dann die Web-Version da ist und dann können die den, wenn alles klappt, auf dem Knowledge Chairman in der Session vorstellen. Deswegen erst mal nur so ein Sneak Preview mit dem PDF und hoffentlich dann beim nächsten Mal den richtigen Leitfaden. Und ich glaube, die Bundesbank ist so eine der größten Organisationen, die den jetzt schon im Einsatz haben, praktisch mit Zirkeln. Genau, mehr dazu dann nächstes Mal. Ja und, ich weiß nicht, das hat mich jetzt die letzten Tage total beschäftigt. Ich weiß nicht, ob euch auch. Also heute ist ja irgendwie der Tag, wo mutmaßlich die Hälfte der Twitter-Mitarbeiter entlassen wird mit einem ziemlich obskuren Prozess. Wenn man eine E-Mail auf seinen privaten Account kriegt, dann ist man entlassen und wenn man eine auf einen Geschäftsaccount kriegt, ist man nicht entlassen. Also irgendwie Elon Musk bringt da eine ziemlich zweifelhafte Kultur rein, finde ich. Auch so die ganzen Washington Post-Artikel war, die ganzen All-Hands-Meetings waren wohl abgesagt, die Woche auf Blind haben irgendwelche Screenshots aus internem Slack die Runde gemacht von geheimen Meetings, wo die Entlassungen abgestimmt worden sind. Dann weiß ich nicht, ob ihr das gesehen habt, da gab es ja die Ankündigung, dass der blaue Haken, den es bisher gab, habe ich das hier reingeschrieben? Nee, habe ich nicht. Dieser Verify-Haken, das war ja bisher so, dass es darum ging, zu verifizieren, dass wenn einer auf Twitter Donald Trump heißt, der auch Donald Trump ist, also eher so Identitätsbestätigung. Und das ist ein Ding, was Elon Musk jetzt monetarisieren will. Da gab es erst irgendwie die Ansage, der kostet in Zukunft 20 Dollar im Monat. Und dann hat Stephen King geschrieben, der Autor, irgendwie so volles Unding, warum soll ich 20 Dollar zahlen? Eigentlich müsstet ihr mir 20 Dollar geben, weil ich ja der Creator bin bei euch. Also der Geldfluss ist in die falsche Richtung. Und dann hat Elon Musk irgendwie drunter gepostet, what about 8 Dollar? Also so im Sinne von, es wird nur 8 Dollar kosten und das wird jetzt wohl auch der Preis werden. Aber da sieht man schon so irgendwie, das ganze Produktpolitik wird jetzt da von Elon Musk alleine auf Twitter ausgetragen. Und ich für mich selber habe schon irgendwie gemerkt in den letzten Jahren, dass Twitter so von der Bedeutung irgendwie verloren hat. Viel Werbung, viele Leute so aus dem Business-Kontext haben sich irgendwie Richtung LinkedIn verkrochen. Das nervt mich aber auch ziemlich mit der Werbung dort. Also das ist halt auch wahnsinnig viel Werbung, viel so, ich nenne es mal so, so Selbstdarstellungssachen, wo irgendwas super toll gepriesen wird, wo man sagt, na gut, irgendwas ganz normal ist. Aber also irgendwie ist das nicht der Ersatz für Twitter, finde ich. und jetzt sind halt viele von Twitter nach Mastodon gewandert. Das wollte ich einfach mal adressieren, weil es, ich habe jetzt auch über den Chaos Computer Club gibt es schon lange eine Instanz, auf der ich unterwegs bin, aber bisher war ich relativ wenig. Das hat sich jetzt in der Woche total intensiviert. Und das natürlich jetzt auch für die LernOS-Account spannend ist, mal zu überlegen, macht es den Sinn, sowas wie ein LernOS auf einer der Mastodon-Instanzen zu haben oder macht es Sinn, eine eigene Mastodon-Instanz zu haben. Ich hatte, weil mich dann viele gefragt haben, als sie gesehen haben, dass sie mich damit ein bisschen beschäftigen, deswegen habe ich da den Link mal reingepackt, bei uns im Wiki mal so eine Seite zum Mastodon gemacht, mit so einem, das ist so 90 Minuten, was ist es eigentlich? Und danach mal so ein bisschen die Kernfunktionen runtergebrochen, was kann ich damit machen? Und so Tipps und Tricks für Apps, und wie kann ich umziehen? Und bei mir werden jetzt auch, was ich auf Mastodon poste, wird auf Twitter noch cross gepostet, also erscheint dort auch. Da gibt es so Cross-Poster oder Bridges, wie man sie nennt. Dann gibt es so Tools, mit denen kann ich, den gebe ich quasi einmalig Zugang zu meinem Twitter-Account und dann finden die, wen davon gibt es auch im Fativerse oder auf Mastodon schon. Also so ein bisschen Hilfestellung beim Einstieg. Und wir hatten ja so eine, oder haben im Wiki diese Twitter 101 für Einsteiger, Einsteigerinnen, so ein bisschen aufgebaut, warum soll ich es eigentlich tun? Was sind die Kernfunktionen? Ersten Schritte und so häufig gestellte Fragen. Und die werden wir jetzt sicher dann auch in den nächsten Wochen mal in so eine Mastodon 101 überführen, wo viele Sachen ähnlich sind, einige aber auch anders. Und ich denke, dass ich von euch, vielleicht hebe ich kurz die Hand, wer von euch auf Mastodon schon mal war oder ist. Clemens. Okay. Doch schon viele. Intensiv oder einfach so jetzt im Rahmen von, Thomas Schmidt hebt auch die Hand, im Rahmen von Mastdisaster mal Account angelegt. Ehr so. Account angelegt einfach. Okay. Genau, ich auch. Den Account habe ich im April mal angelegt. Einige Zeit leicht bespielt, aber aufgrund dessen, dass er dann alles wieder in Richtung Twitter konzentriert hat, hat Mastodon wieder nachlassen. Habe aber jetzt für mich beschlossen, ich lasse jetzt erst mal Twitter im November ruhen und schaue mal, wie sich Mastodon weiterentwickelt und werde erst mal das bespielen. Und dann schauen wir mal, was dieser verrückte Milliardär weiter macht. Genau. Also was ich eigentlich spannend finde, deswegen schaue ich so ein bisschen mit dem Lachen und Weinen ein Auge drauf, weil Twitter, da war ich seit 2007 und das war schon lange, lange ein sehr, sehr wichtiges Instrument und auch so ein, ja eigentlich wie so eine, wie so ein Marktplatz, so eine Agora irgendwie, wo sich alles getroffen hat. Aber man hat halt schon gemerkt, dass durch Politisierung und auch jetzt gerade, wenn man mit so Leuten spricht, ich glaube jetzt so als alter, weißer Mann hast du da auch wenig mit Hate Speech und Pöbelei und so zu tun und ich habe mich jetzt auch zu Ukraine relativ mit scharfer Kante positioniert und hatte da eigentlich nie Shitstorm oder so am Hacken. Aber man kennt halt schon Leute, die da fertig gemacht werden und die, was man so hört, was eigentlich immer ganz gut klingt mit diesem Free Speech, das heißt eigentlich irgendwie, dort ist alles erlaubt, habe ich so das Gefühl. So wenn man mal in diese Krypto-Bubbles und so reingeht, so überhaupt kein Eingreifen, keine Moderationen und das sind ja jetzt genau auch so Sachen, die der Musk jetzt quasi schon angepackt hat. Soll jetzt zwar so ein Content-Rad geben, aber so ein bisschen läuft es darauf raus, er will bestimmen, wie das ist, wie die Moderations-Guidelines sind und er geht halt in die Richtung so libertäres Denken, anything goes und das wird den Ton da sicher noch mal verschärfen, könnte ich mir vorstellen. Jetzt kommt Wahl mit Term-Elections, Trump hat sich zwar schon geäußert, dass er nicht zurückkommt, aber da glaube ich auch erst dran, wenn er nächstes Jahr noch nicht zurück ist. Genau und das ist halt, finde ich, was bei Twitter oder bei diesen zentralen Plattformen LinkedIn halt immer auch so ein Problem ist, wenn man da halt so einen wohlmeinen Diktator hat, wie hieß der, Jack Dorsey oder so früher, dann, ich finde, die haben sich immer sehr gut positioniert und auch, was so ihre Idee mit Twitter ist, wo sie da hinwollen, das hat mir sehr gut gefallen, aber man sieht halt irgendwie kaum wechseln 40 Milliarden Euro den Eigentümer, schon hat man da irgendwie so ein Kim Jong-un an der Macht und dann hat man halt mit so einer zentralen Plattformen das Problem, dass du da überhaupt keine Handhabe hast, außer wegzugehen und alles, alles bricht dir ein, dein ganzes Netzwerk, alles ist nicht mehr da, du bist da sehr abhängig und das fand ich eigentlich oder finde ich an diesem Fediverse-Ansatz spannend, die, ich springe jetzt da mal auf die Startseite von, das ist jetzt eine Mastodon-Instanz, Mastodon ist ein Teil des sogenannten Fediverse und Fediverse ist ein, gibt es einen Wikipedia-Artikel dazu, ist basiert technisch, soweit ich das bisher durchdrungen habe, auf dem sogenannten Activity-Pub-Protokoll, also das ist ein Protokoll so ähnlich, wie man E-Mails hin und her schickt, jeder Nutzer hat eine Inbox und eine Outbox, ich kann Leuten folgen auf ganz verschiedenen Servern und wenn ich jetzt, was weiß ich mal, Andreas auf einem Mastodon-Server folge, dann kann ich in meiner Timeline hier, tauchen dann Sachen auf von Leuten, die eigentlich auf einer ganz anderen Instanz sind, also man sieht das jetzt hier bei mir, ich bin sdückert at chaossocial, wie eine E-Mail-Adresse eigentlich, der Name und man sieht aber hier, ich weiß nicht, ob ihr das im Screenshare seht, Padelun hier ist zum Beispiel Padelun at digitalcourage.social, also der ist auf einer anderen Mastodon-Instanz, ich folge ihm aber und deswegen erscheint es auch in meiner Timeline und ich kann sehr leicht, wenn ich jetzt hier mal, ich kann mal hier in die Profileinstellungen gehen, gibt es hier unten die Danger Zone, ich kann halt sehr einfach meinen Account zu einem anderen Server umziehen, das haben jetzt viele irgendwie gemerkt, die ganzen großen Instanzen, so Mastodon.social, Mastodon.online, die waren so überlastet, dass sie Neuregistrierungen eingestellt haben, also da konnte man sich nicht mehr anmelden und dann haben viele gesagt, muss ich jetzt warten, bis ich dabei sein kann und da haben dann einige, sind halt auf irgendeine Instanz ausgewichen, die nicht so überlaufen ist und haben dann gesagt, naja, dann ziehen wir halt später um dahin, wo wir hin umziehen wollen. Das hat nicht nur Vorteile, dieses Verteilte, sowas wie zum Beispiel eine übergreifende Suche gibt es nicht, das heißt, ich habe meine lokale Instanz, die kann ich durchsuchen, auf der Startseite, wie man hier sieht, sieht man eben die Sachen von Leuten, denen man folgt, sehr angenehm, Punkt eins, keine Werbung, Punkt zwei, chronologische Timeline, also kein so ein AI-Foo, wo dir irgendjemand die Timeline zusammenbaut oder so auf LinkedIn in der App, immer wenn du Push to Refresh machst, dann hast du sofort eine andere Timeline und findest nichts mehr wieder, das finde ich eine totale Katastrophe, also das ist strikt chronologisch hier, du hast, ja klar, die Mitteilungen quasi, wo man erwähnt wird, wo man kommentiert wird, entdecken über Hashtags, dann hat man eine lokale Timeline, das ist quasi jetzt die Timeline aller Boots, der Tweet heißt hier Tut, weil Mastodon ein, wie heißt das, Mammut ist und die tröten halt, deswegen steht hier Tröt, kann man auch nochmal diskutieren, ob das gut ist für die Massentauglichkeit, aber die lokale Timeline sind sozusagen jetzt alle chronologisch rückwärts, die auf der Instanz passieren, da sieht man schon, ist die Frequenz schon höher, jetzt 10 Sekunden und so weiter, und es gibt eine föderierte Timeline, das heißt, wenn ich hier auf Federation klicke, sind es alle Tweets von allen Mastodon Instanzen, mit denen diese hier föderiert, da sieht man schon, das ist jetzt eine Geschwindigkeit, die kann ich nicht mehr lesen, aber trotzdem ist es interessant, ich klicke da immer mal drauf und gucke mal, was da so durchläuft, also wenn ich jetzt hier browse, dann hält die auch an, die schiebt sich nicht automatisch weiter, erst wenn ich wieder nach oben gehe, das ist so dieser Serendipity-Effekt, man stößt entweder über viele Mastodon-Server hinweg oder eben auch nur über den Lokalen auf Sachen, auf die man sonst nicht gekommen wäre und kann den Leuten dann folgen und sobald ich ihnen folge, bin ich eben hier wieder, sehe ich die hier in meiner normalen Timeline auf der Startseite. Die Instanzen, die so entstehen, sind im Moment hauptsächlich, das eine sind so rund um Organisationen, was weiß ich, die EU hat eine eigene Instanz, bund.social.de sind für die ganzen Bundesministerien, so Bundesministerium für Informationssicherheit und sowas sind da drauf und da kriegt man dann auch als Einzelpersonen gar keinen Zugang, sondern das ist nur für solche Bundesämter vorbehalten, dann regionale Sachen, also München.social, Norden.social, das ist so ganze Ostsee, Nordsee irgendwie, also so Regionalgeschichten und thematische, zum Beispiel, wenn man hier sowas wie Biblio.social, ne, Biblio wollte ich gar nicht als erstes, Bildung.social, da sind zum Beispiel ganz viele Leute drauf, die so jetzt auf Twitter im Twitter-Lehrerzimmer waren oder sind, die sich so im weitesten Sinne mit Bildung beschäftigen. Man sieht an der Instanz immer, wer hostet die, also wer betreibt die, und wie viele Profile sind da drauf, also in dem Fall jetzt hier tausend, dann gibt es OpenBiblio, Social, das ist so alles rund um Bibliotheken, Bibliothekswesen, da sieht man jetzt ein bisschen kleiner, 463, also die meisten Instanzen sind so einige hundert bis einige tausend Leute groß, weiß gar nicht, Mastodon.social, das letzte, was ich geguckt habe, waren 40, 50.000, also auch schon groß, aber viel, viel kleiner als jetzt so ein Twitter-Netzwerk oder so, einfach weil es verteilt ist und dezentral. Und was vielleicht noch spannend ist, ist, dass mit diesem Activity-Pub-Protokoll, sowas Twitter-mäßig ist es möglich mit Text und Bild und Abstimmungen, es gibt aber zum Beispiel mit Peertube, gibt es eine Fediverse-Variante von YouTube, also das heißt quasi, da lade ich Videos hoch, habe ich Videokanäle, die Europäische Kommission betreibt das zum Beispiel, spiegelt ihre Videos dann nach YouTube rüber, wenn YouTube irgendwann mal Geschäftsmodell ändert, ist dann völlig wurscht, weil alle Videos sind auf ihrer Peertube-Instanz. Das gleiche gibt es PixelFed, einmal das PixelFed.de, das ist schon eine Instanz, PixelFed ist quasi ein Instagram-Klon, also das, die PixelFed-Instanzen sehen aus wie Instagram, Photosharing, dann gibt es sowas wie Funkwale, Funkwale ist ein dezentralisiertes Spotify, das heißt, da hat man dann in der Navigation sowas wie Podcast oder Alben, das ist für so Netzmusik-Label oder auch Podcaster, da haben jetzt dann auch gleich sich hier in der deutschen Podcasting-Community Leute gefunden, die betreiben jetzt Podcasts.Social, da bin ich auch drauf gekommen, dass das halt was sein könnte für für uns auch als LernOS-Community, weil da sozusagen der Deal ist, dass nur, ich meine hier, jede Instanz hat ein Profilverzeichnis, nur Podcasts da drin sind, also es sind keine Leute als Einzelpersonen, sondern da bin ich immer mit meinem Podcast und das ist natürlich die Idee, dass man dann auf neue Folgen hinweisen kann und so und dann eben Audio abspielen kann und ich finde so generell diesen dezentralen Ansatz halt spannend, weil ich irgendwie keinen Weg raussehe, irgendwie aus diesen ganzen Werbespam, Hate-Speech-Geschichte, wenn man das nicht ein bisschen dezentraler, überwachter, unabhängiger von Big Money macht, weil das natürlich eine schwierige Frage ist, da war glaube ich im Washington Post Artikel stand, Twitter muss jetzt glaube ich eine Milliarde Dollar einsparen im Jahr, das ist das Ziel für nächstes Jahr oder halt für das erste Jahr und da kriegt man so ein bisschen Gespür, was halt so eine Infrastruktur zu betreiben kostet und wenn ich das monetarisieren will, klar, das kann ich halt nicht mit einem Euro pro User pro Monat oder so, das geht nicht und dann ist man halt sofort dabei, muss ich Daten von Leuten verkaufen, muss in Werbebudgets abgreifen und so, all die Sachen, die uns halt vielleicht an so Plattformen nicht gefallen. Deswegen dachte ich, ich erzähle das mal so ein bisschen, dann kann man es mal sacken lassen und mal überlegen, so neben den naheliegenden Dingen, klar, LernOS-Account würde vielleicht Sinn machen, so wie es jetzt den halt auf Twitter gibt, den Hashtag LernOS verwenden, den Podcast gibt es schon auf Podcast Social, vielleicht fallen uns da auch noch andere Dinge ein, die jetzt von der eigene Instanz machen, da habe ich immer ein bisschen Respekt davor, also die jetzt so Mittelgroßinstanzen aufgebaut haben, so vielleicht so 200, 300 Leuten, die haben gesagt, da fallen so in der Woche ungefähr 20 Gigabyte Daten an, also das, wenn man so ein bisschen hochrechnet und vielleicht auch denkt, die, also unsere Community-Plattform hat im Moment 1500 Leute, wenn ich das für die machen würde, dann braucht man schon irgendwie ganz gut dimensionierte Maschinen, die kann man sich mittlerweile auch natürlich im Web klicken, es gibt so was wie Masto Host zum Beispiel, da kann ich mir sozusagen einfach eine Mastodon-Instanz klicken, da sieht man aber auch schon, 20 aktive User ist man bei 9 Dollar im Monat und das geht dann hier, wenn man 2000 aktive Nutzer hat, ist man schon bei knappen 100er, das ist so das, was wir für unsere Community-Plattform im Moment auch zahlen, kann man auch machen, wenn man irgendwie auf die Gedanken kommt, dass das eine gute Idee ist, das als Lern-OS-Community zu haben, da bin ich jetzt im Moment gedanklich noch nicht, weiß ich nicht, aber kann es sein, dass wir da irgendwie auf einen Grund kommen, warum das auf jeden Fall gut wäre. Ich fände es irgendwie interessanter, eher da zu sein, wo Leute sind, für die Lern-OS spannend ist und das sozusagen da hinzutragen, also so dieser Bildung dort Social ist interessant, in Corporate Learning Community denkt man darüber nach, eine eigene Instanz zu machen für die Community, ich weiß nicht, ob das gut ist, da nochmal eine eigene Insel zu machen. Aber ich glaube, jetzt müssen erst mal alle so ein bisschen damit ein Gefühl entwickeln und so wie Thomas gesagt hat, man lässt mal Twitter einen Monat ruhen und schaut wieder drauf. Ich glaube, das ist auch nichts, was man jetzt in den nächsten drei, vier Wochen entscheiden muss oder in Richtung sich entscheiden muss, sondern das wird uns jetzt die nächsten Jahre, glaube ich, begleiten. Ich weiß nicht, ob ihr da noch, jetzt habe ich viel geredet über Masterdorn, ich merke, das hat mich recht beschäftigt, ob ihr da irgendwie auch noch Gedanken oder Meinungen dazu habt, die ihr teilen wollt. Ich finde es interessant, weil man jetzt relativ früh vorne anfangen kann, man kann was Neues starten und uns als Community ist es schon interessant, neu zu denken, schnell in der eigenen, also ganz das Corporate Learning habe ich schon gedacht, ob es nicht Sinn macht, schnell dort reinzugehen, einen Experimentierraum zu haben, weil da gibt es ja viele Twitter-Erfahrungen, aber dann hätten wir auch eine Orientierung, wo das ist und ist und lernt selber schnell, was es kann. Ich glaube, explodieren ist gut, wenn man da schnell mal etwas tut. Im Moment fühlt es sich halt noch total flauschig an, das ist so eine Twitter 27, 28, alle sind happy, alle so, ah ja, wir kennen uns ja schon seit 15 Jahren. Das ist echt ein Thomas-Lacht. Das ist echt so. Ja, also ich werde es mal einfach immer mal wieder auf die Agenda setzen und mal auch in Connect so eine Seite anlegen, wo man mal Ideen sammeln kann. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es jetzt heute oder morgen entschieden werden muss. Ich will auch noch mal warten, weil wir haben ja als File-Sharing-Plattform eine Nextcloud und es gibt in Nextcloud gibt es schon ein Plugin, das heißt Nextcloud Social und das ist das hier und das ist aber noch in einer 0.4 irgendwas Version, also das hat so ein bisschen wenig Liebe erfahren in Vergangenheit, aber man sieht es schon so am User-Interface, jeder User einer Nextcloud-Instanz ist automatisch Mitglied im Fediverse und der Frank Kallitschek, der CEO von Nextcloud, das ist eine ziemlich coole Socke, der hat jetzt mit diesem Must-Desaster sofort angekündigt, dass das das Erste ist, was sie mit dem Hub 3, also dem neuen Release in den Blick nehmen, dass das sauber funktioniert und damit haben sie sozusagen auf einen Schlag 40 Millionen Mastodon-Server draußen und du kannst dann ganz leicht, wenn du deine Dateien in der Nextcloud hast und willst sie irgendwie sharen, dann kannst du sagen, hier add Thomas add Andreas Matern, hier ist meine Präsentation und stellst die in Mastodon, das hatte ich vorhin gar nicht gezeigt, aber das ist auch ein spannendes Feature, wenn ich hier auf die Weltkugel gehe, kann ich sagen, ist das öffentlich, wie bei Twitter, ist es nicht gelistet, wie bei YouTube, ist es nur sichtbar für Follower oder ist es nur für erwähnte Personen und damit könnte ich jetzt nach so einem Call, wie gesagt, wenn ihr zwei mir sagt, du hast da gerade einen Foliensatz gezeigt, kannst du den nicht mit mir teilen, könnte ich jetzt in meiner Nextcloud-Instanz einfach auf den Foliensatz und sagen, teilen, nehmen euch zwei nett Menschen, stell bei der Sichtbarkeit ein, nur erwähnte Personen und im Hintergrund stellt Nextcloud automatisch die Berechtigungen so ein, dass nur ihr Zugriff drauf habt und das ist schon smart irgendwie und die ganzen, meine ganzen Tweets landen quasi auch in der Nextcloud, sind dort in der Volltextsuche, das heißt, das, was ich im Moment mit Twitter mache, dass ich mir meine ganzen Tweets irgendwie nochmal woanders hinweg schreibe, damit ich da eine Volltextsuche drauf habe, brauche ich dann nicht mehr, weil es einfach bei mir in der Nextcloud landet. Also das ist schon, finde ich, so ganz spannende Entwicklungen in die Richtung. Vielleicht, wer so ein bisschen tiefer einsteigen will, man startet ja meist mit den offiziellen Apps, die habe ich jetzt mal hier hingeschrieben. Auf Android die meisten Empfehlungen hat Tuski, also die meisten empfehlen nicht die offizielle App zu nehmen, sondern Tuski. Der Gregor von Mastodon hat gerade geschrieben, die haben jetzt, glaube ich, App-Entwickler eingestellt, um die offizielle App auch zu verbessern. Also ich habe beide laufen und habe mir aber noch nicht entschieden, welche die ist, die man mir zusagt. Okay. Auch auf Android bist du? Ja, ich bin auf Android, ja. Genau. Auf iOS wird meist Metatext empfohlen, das habe ich, da bin ich eigentlich recht zufrieden mit. Auf dem Desktop in Windows, also beziehungsweise sind alle beide plattformübergreifend, Valebird und Mast. Da hat man quasi so einen lokalen Client, der sieht aus wie so eine Mischung aus Slack und Telegram. Und wenn jemand mit vielen verschiedenen Accounts zu tun hat, da wird meistens Sengi oder Senshi, weiß nicht, wie man spricht, empfohlen, weil die haben diese, das kann die Mastodon-App auch, diesen Multicolumn-View, den man vielleicht von TweetDeck kennt, wenn ich so meine Timeline, aber auch noch ein Hashtag und noch ein Hashtag. Das gibt es bei Mastodon auch. Vielleicht auch noch kurz zeigen, da muss man hier in Profil-Einstellungen und da gibt es hier diese etwas kryptische Einstellungen, fortgeschrittene Benutzeroberfläche verwenden. Wenn ich die speichere und gehe zurück, dann habe ich so ein View, der so, weiß nicht, wer TweetDeck mal verwendet hat, an TweetDeck erinnert. Und da kann ich mir jetzt beliebige, was weiß ich, wenn gerade Knowledge Camp ist, kann ich mir der GKC22 als Hashtag irgendwie als weitere Spalte dazufügen. Das heißt, das kann ich komplett frei konfigurieren. Genau, der Sengi oder Senshi zeichnet sich noch dadurch aus, dass ich in dieser Multi-Column View-Sicht auch mischen kann zwischen verschiedenen Accounts. Also die meisten können sonst bei einer Sicht nur ein Account und da kann ich sagen, ich will irgendwie die Timeline von dem Account, aber die privaten Nachrichten von dem Account. Das ist so ein bisschen flexibler. Sicher auch nicht die finale Wahrheit, was hier steht. Ich habe halt einfach mal zusammengeschrieben, was so in den ersten Toots an einem vorbeigeflohen ist. Also gerne die Einleitung, wenn ihr Lust habt, probiert das mal aus und ich werde es bei den nächsten Community Calls immer mal auf die Agenda setzen und sagen, was könnte so die Idee sein, was wir damit machen, wo es uns hilft als Community. Genau, da sind wir sogar schon eine Minute drüber. Warte, warte, dann springe ich hier runter. Das habt ihr aber wahrscheinlich schon gesehen. Wir haben jetzt nachher um zwei eine Knowledge Jam Session mit dem Mike Lancy, die waren Sponsoren vom Audio-Only Barcamp. Das ist ein Startup oder Grown-Up, weiß gar nicht. Ganz Startup sind sie nicht mehr, sind nicht mehr so neu. Von Soundbyte, die quasi so eine App für Teams machen, die quasi Audio-Kommunikation in einem sinnvollen Format nach Teams bringen. Und in der Session wird er drüber sprechen, ja so ein bisschen die Hintergründe, warum eigentlich Audio, was fehlt Teams an der Stelle und dann natürlich auch, wie funktioniert das mit Soundbyte und dann kann man hinterlöchern und Fragen stellen. Da gibt es hier einen Meetup-Link. Da könnt ihr euch darüber anmelden, dann habt ihr den Zugangslink. Ich kann ihn aber auch geschwind nochmal hier im Chat stecken. Also wer da kommen will, kann dann auch den direkten Link nehmen, den ich jetzt gleich in den Chat stecke. Gut. Soweit, so gut. Hat jemand noch was ganz Wichtiges? Sonst hätte ich gesagt, bis gleich oder schönes Wochenende, je nachdem, was bei euch ansteht. Gut, tschüss zusammen. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.